Ja, ich habe heute was erfahren. Mich wundert hier gar nichts mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, in Boltenhagen. Die Chordirektorin ist fristlos entlassen worden, stand wohl sogar in der Zeitung drin. Geht wohl um diese Dünnpromenade. Ich möchte aber auch mal was sagen zu dieser Dünnpromenade. Ich finde das total Blödsinn. Das soll für welche sein, die einen Rollstuhl fahren oder was, nur damit sie die Ostsee sehen. Aber mal ganz ehrlich, da wird nichts hingebaut, wo man sich was zu essen holen kann, wenn Leute am Strand sind zum Beispiel. Keine Toilette. Da muss man ewig weit rennen, bis man zur Toilette kommt. Man kann es ja da genauso mit Kosten machen. Denn wenn man unten auf die Toilette geht, da was bei der Bibliothek ist, zahlt man ja auch 50 Cent. Ist ja auch vollkommen richtig. Und naja, 20 Cent würden aber auch reichen. Und dann könnte man das am Strand auch machen, sag ich mal so. Aber ich weiß auch nicht, was diese Dünnpromenade soll. Und deswegen ist sie wohl rausgeschmissen worden. Das habe ich heute so erfahren, durch Dorftratsch. Ja, so ist das halt. Und mich wundert sie sowieso nicht. Viele Frauen sind ja auch sehr streitsüchtig. Und ich glaube, sie war auch ganz schön abgemagert. Wo ich sie das letzte Mal gesehen habe, habe ich gedacht, sag mal, hat die Magersucht oder was? Das ist das, was ich immer sage. Die in den Büros sitzen und sich den Hintern da breit sitzen. Die sehen so abgemagert aus, dass man denkt, die klappen bald zusammen. Das ist eine Magersüchtige. Komisch, ne? Also ich könnte mich daran erinnern, dass sie da ganz, ganz dünn war. Aber es kann natürlich auch anders sein. Aber es ist natürlich der Hammer, fristlos gekündigt zu werden, ne? So von ein Tag auf den anderen. Ja, so kann es jedem gehen. So ist es halt. Ich bin ja gespannt, was da rauskommt, wie die ganze Sache weitergeht und ob sie wieder eingestellt wird. Oder ob das Verfahren eröffnet wird und was da los ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist wirklich viel Unzufriedenheit hier. Und das ist echt traurig irgendwo. Das ist schon so richtig verschärft. Ja, das habe ich heute nur mal so erfahren. So beiläufig. Ja. Ich wusste das gar nicht. Das hat sogar schon die Zeitung geschrieben. Deswegen habe ich auch gleich geguckt, ob es da einen Artikel von gibt. Ja, den gibt es. Hm, so ist es. Naja, wieder mal was Neues. Wieder eine gekündigt, rausgeflogen. Ja. Vielen Dank.